Moin Moin! Herzlich willkommen zurück zu Ark Crystal Isles mit den typischen drei Weide... mit den typischen drei Typen. Ja, natürlich! Weide Floki von ihr. Hallo. Hallöchen. Was ist denn hier los? Wir haben hier einen Haufen toter Fische angestapelt. Oh, da guck mal, da kommt die Ente. Ach ja, die hat Hunger. Die hat Hunger. Wieso guckt? Wieso guckt zu den Fischen? Hm. So, Ness. Und, machen wir was mit der? Eigentlich will ich... Nein, bitte nicht. Eigentlich will ich die Ente alles reinstopfen an Fisch, was so geht. Ey! Da musst du doch Fisch haufen. Hier, die saut sie mich, die Olle. Da will ich ihr Fisch geben, da will sie mich hauen. Boah, anscheinend der falsche Fisch. Ich hab noch gar nichts probiert. Jetzt. Jetzt. Habe ich hier einen gefuttert. Acht Prozent. Jetzt frisst du meinen Fisch. Ey! Was ist denn mit dir nicht richtig? Das ist mein Fisch. Fliegende Fische. Das ist unfair. Gebt mein Fisch her. Nichts da. Das ist mein Fisch. Das ist mein Fisch. Ja, den da oben. Den kannst du dir angucken. Mein Christen nicht. Ich glaube, wir brauchen den Arsch voll Fische. Das sind 15 Sekunden. Ja, acht Prozent hat sie gekriegt mit dem einen. Aber Olle, die dreht da runter als Pirouetten und die Schafe auf den Fisch dauert. Das ist gut. Dann kann ich am Anfang gleich wieder hinten rein drücken. Vorne. Vorne. Es ist egal. Es ist egal. Schuhe noch mal ein paar Fische. Aber legst du nicht bei ihr, sonst geht sie gleich wieder da rauf, die Olle Ziege. Ich will endlich eine Ente haben. So, hat sie gegessen. Hat weniger gekriegt für den Fisch. Für den Salomon hat sie mehr gekriegt. Sag ich doch, die sind besser. So, Floki, wo steckst du denn? Ich bin im Wasser, ja. Achso, weil eigentlich sind wir aus folgendem Grund hier. Wir sind eigentlich mit den Gassammlern hier. Ja. Die hier im Wasser drin stecken. Ja. Drei Stück haben wir hier gesetzt. Eins, zwei und da vorne nochmal drei. Hier im Salty River. Ich kann gleich mal die Koordinaten rauspacken, wenn ich hier auf die Plattform kommen würde. Was natürlich nicht funktioniert. Nee, das geht ein bisschen schwierig. Ich baue gerade nochmal ein paar Fundamente. Dann können wir da einen Transporter drauf bauen. Dann kannst du auch mal eine Leiter am Rad setzen. Das ging zur Not auch. Man ist ja auch sehr salzig. Salty Water. Deine Hinte ist wieder unterwegs. Aber da es regnet, macht das nichts. Sonst verlierst du rapide an Wasser. Und hier sind die... Das ist Salzwasser entzieht einem irgendwie. Die Koordinaten sind 54, 2. Genau, 55, 27. Ey, auf wen geht es denn jetzt los? Auf dich mit dem Fisch. Alter. Wo waren denn hier Fische? Äh, im Wasser. Ah. Irgendwinnig. Ich habe nur keinen gesehen hier. Jemand hat das schon alle abgeerntet. Ja, so viele haben wir... Also ich habe auch nicht so viele gesehen. Ich habe aber nichts für einen Nahkampf dabei. Wie viele hat es denn jetzt? Ah, da hinten noch welche. Okay, dann brauchen wir noch ein paar Fischchens. Ach, der Fisch, der in der Luft schwebt. Der hat sich angefangen. Das ist ja gut. Dann bleibt sie wenigstens hier. Was denn hier drüben? Hier drüben. Richtung Obelisk. Da sind Fische. Ja, da war ich eben auch schon immer. Ich habe nur Shotgun. Nein, mit Shotgun. Ich könnte jetzt mit Dynamit fischen oder... Ist egal. Oh, jetzt habe ich ihn gleich abgebrochen. Scheiße. Oh. Hier ist noch einer. Auf deiner Armbrust. Ja, habe ich auch nicht dabei. Du nicht, aber er. Oder? Loki auch nicht dabei. Ich habe einen Fisch. Ich habe einen Fisch. Ich nehme den mal ab. Dann kann ich ihn gleich in den nächsten Mal. Ja, ich komme. Wo bist du da? Ich komme mal. Ich nehme ihn hier mal ab. Hm. Am besten immer die Salomon-Dinger, ne? Wenn es geht. Ja, na klar. Ja, die bringen mehr. Kann ich doch ein Hai holen. Der bringt dir wahrscheinlich am meisten. Den kriegt er auch rein. Mach dir keine Sorgen. Was ist denn jetzt deine Ente? Ich hoffe, die kreisten noch an dem Fisch rum. Was? Ich sehe sie nicht. Der Fisch ist ja. Guck mal, wie ich rede. Oh, hast du die ganze Hand im Kopf stecken? Das sieht so aus. Ich nehme deine Ente nicht mehr. Oh, da ist sie doch. Ne, das ist ein Dodo. Lass den Ding mal los. So. Oh. Wird eh auch. Geh nicht. Hier, ich schmeiß den mal unter den fliegenden Fisch. Ich weiß jetzt nicht, wo deine Ente ist. Ja, ich suche sie mal in der Zeit. Oh, jetzt sind jetzt plötzlich die Ente. Oh, hier sind noch mehr Gas. Was heißt plötzlich? Ich wünsche die ganze Zeit eine Ente. Seit der ersten Folge wollte ich eine Ente. Na ja, na klar. Es ist nach einem Pferd immer sein zweitliebster Wunsch gewesen. So sieht's aus. Und das Pferd habe ich immer noch nicht. Da muss ich halt eine Ente jetzt nehmen. Fast dasselbe. Kann ja nicht schon wieder. Kann ja nicht das gleiche Veranstaltnis wie mit dem Pferd. Ne, geht leider nicht. Wo ist denn die Ente hin? Das ist nicht. Habt ihr denn gemacht mit der Ente? Gar nichts. Ich hab hier am Fischen und wir in den Fischmassaker angefangen. Hilfe, Jörn hier. Komme. Boah. Warte, ich schieße auf dich. Alter. Ich hab diesen Fischen zwei, dreimal getroffen. Hä? Falls ich ersticke. Ich hab nicht auf die Ausdauer geachtet. Warte, was greift mich an. Teleportiere dich doch schnell zu irgendwem. Zu mir zum Beispiel. Ja, es wird nichts mehr werden. Ich bin tot. Scheiße. Ich bin Depp. Töte von Tischen. Das Schlimme ist, ich find die Ente nicht mehr. Lass sie ab. Guck mal mit dem Obnikular, ob du sie findest. Ist einfach weg. Oh, jetzt bin ich so eskaliert bei den Fischen da. Hatte so'n Spaß. Ja, die hast du gar nicht auf die Ausdauer geachtet. Hab ich nicht auf die Ausdauer geachtet. Ein Mesopithikus wäre hier. Den hab ich auch gesehen. Aber die Ente war doch gerade noch vor zwei Minuten hier. Seid nicht, die ist einfach weggespawnt. Ich schmeiß dir hier hunderte von Fischen hin und was macht er? Naja. Das ist die Ente abhauen, du. Du hast zum Schluss mit der Ente zuletzt interagiert. Und jetzt ist er weg. Wer weiß, was du der erzählt hast. Ich hab hier, wie du gesagt hast, einen Fisch hinten reingedriffen. Wahrscheinlich hast er zu geflüstert. Lauf, lauf, lauf. Oh, habt ihr den Transporter schon versetzt? Ja. Wie auch mit dem Obnikular nicht mehr. Nee, irgendwie ist die ganz weg. Das gibt's doch nicht. Wir waren bei 20 Prozent. Nicht sein. Ob ich aus der Luft wieder sehe. Wo bist du denn mit deiner Ente hier? Ja, die Ente ist auf einer ganz anderen Seite. Aber ich fliege die Fliege immer rüber her. Ich muss ja mal einen Vogel holen, rüberfliegen und dann rüber schwimmen. Ich sag ja, was ist ein Chaos. Kann ich mich mit dem Fisch zu dir bieten? Ich weiß nicht, ob's klappt. Probier mal gleich mal aus. Ich schwimm nochmal rüber. Dann nehm ich ja den Transporter in die Hand. Dann geht das nicht. Wie wäre es, wenn... Ich nehm den Fisch und du probierst mal, ob du uns rüber beamen kannst. Achso, und dass ich euch mit dann weiter... Willst du mal kurz landen? Wo ist denn jetzt mein Fisch? Land doch mal am anderen Ufer. Schnapp den mal ein. Du hast den Piranha, den brauchen wir nicht. Ich ne, brauchen wir nicht. Mach doch mal einer den scheiß Piranha hier nicht. Hehehe. So. Schau. Stimmt nicht, ne? Nein. Na toll. Na ja. Dann könnt ihr hier ein bisschen mit Fischen gehen auf der Seite. Ich hole die Fische von drüben und schwimme. Na ja. Wenn die Ente fertig ist, dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Das dauert wohl noch gefühlte drei Jahre. Ja. Ja. Ich fürchte auch. Und zwar mit vier Mann. Hehehe. So sieht's aus. Bis später. Ja. Guck, woher ist es da vorne? Warum mittlerweile? Da ziehst du ja alles andere erstmal an, oder? Ja, ja. Da könnte einiges kommen, ja. Na ja, so viel, so groß ist die Reichweite nicht, ne? Ne. Glauben nicht. Zau da gerade ab, oder? Der fliegt voller weg. Ne, aber jetzt... Ich bin doch gar nicht in Reichweite. Ja. Kleinen Grind Emberthus hier zu linken. Äh... Ob das Lustige ist... Äh... Es wird dunkel. Das ist das Lustige. Ja. Ne, er ist... Er ist nicht irgendwie... Er überhaupt nicht. Er ist irgendwie in der Luft stehen. Und unten hat er sogar Feuerball gemacht. Hä? Weil grad krieg ich nicht an. Tja dann, äh... Flinten raus. Das war dann das ganze für die Katz. So gezähmt? So gezähmt irgendwie. So gezähmt irgendwie. Da müsste ich meine Flint-Sachen noch maulen. Ja, wir haben die jetzt alle nicht dabei. Du kannst es noch mal probieren jetzt. Also er bleibt dann in der Luft stehen, ne? Ja. Ja. Ich würde das so gute Glück sein, dass ihr dann da drauf schießt. Ja. Also die Nacht ist gar nicht so schlecht. Da sie ist wenigstens ordentlich. Das stimmt wohl auch wieder. Du hast noch ein paar Darts gebrauchen. Ich hab zwölf. Soll ich dir welche mitbringen? Ich bin nicht der normale Base. Na. Da sind wieder ausgerüstet wie, äh... Perfekt. Muss ich sagen. Na, als wenn ihr das nicht geplant hätten seid. Das war 10-gähmig und 26.000, äh... Embassid sind doch kein Beweis. Oh. Der aufgeregt. Der freut sich schon. Schon mal zu uns gehört. Ja, das wär ja auch aufgeregt. Noch was mitbringen aus der Base oder passt das? Ja. Alles andere hätte ich dann... Mal zu weit wieder, ne? Äh, ich weiß nicht wo die anderen sind. Komm mal zu Floki. Komm mal zu Floki. Komm mal zu Floki. Ich komm mal zu Floki. Ich komm mal zu Floki. Zu spät. War euch knapp an der Kante, da hinter dir ist gleich abgeräumt. Also vorsichtig. Ja, ich steh auch nur mit einem Bein hier. Und das so. Äh, wer hat... Ich. Wer hat der hat? Ich hab im Vogel, ähm... Nicht alle. Moment, ich brauche ein paar selber. Wir sind jetzt 120 im Vogel. Na gut. Ich hab 40 selber, sollte reichen. So Ember Seeds wollen wir den rein drücken. Ich. Greenhorn. Warte. Nimm ruhig. Hab's ruhig alle nehmen können. Okay, dann nimm ich halt alle. Die waren in den roten Fahnen, ne? Die Ember Seeds. Ja, ist hier direkt. Ich würde mal auf die Seite gegenüber gehen. Das wir nur so in der Zange haben. Ja. Vielleicht auch mal schon mal die Bäume hier weg machen. Das soll sich da nicht so... Der ist... Der wird so wild durch die Gegend fliegen. Macht er jetzt schon. Man sieht aber... Man sieht aber überhaupt nicht, was hier so am Boden so ist. Das wird ne Überraschung. Für uns alle. Okay, ich stehe unten neben ihm. Ich stehe oben. Ich probier's mal von hier zu treffen. Und hier? Wir? Wir kommen nicht so gleich da runter. Wo wir dann jetzt hin? Ja. Wollen wir's versuchen? Ja, lass mal probieren. Ich komm runter, den Treffi sowieso. Ich falle runter übrigens. Was? Wo ist denn mein Ding? Der Treffi sowieso. Ey, der Treffi sowieso. Ich kann mir jetzt schon sagen. Wenn ich nach Freischützen dich jumpen lasse ich. Also du musst mit dem Werflowers immer Gas geben. Kannst mal probieren, ob ich ihn damit auch wieder streamen kann. Wollen wir? Warte mal. 3, 2, 1. 1. 1. 1. 1. Oh oh… Hilfe… Greift er mich an? Ja, grieve er auch an, ja. Öh.. zündet den Knall an! Uhh.. Ich brenne! Wirke… lasst nicht… Ich seh nichts! Ich auch nicht. Ich kann dann einmal Wasser! Einmal Wasser laufend! da ja dann durch den fahrtwind, da hinten wo ist er denn hin? er ist um die Ecke rum raus aus der... ich lauf zu Fuß hinterher sieht man welche Richtung nein! er flieht! hat einer ein Auge drauf? ja zitt noch mal eine rare flower jo, zitt noch mal eine schießt! ihr Lachen! ja schießt hin! da hieß es gleich wieder brennen wieso ich denn mach? mein Vogel brennt oh 67 schaden aber auch du aua aua wie viel hat er denn so? ich hab keine Ahnung warte guck mal ja aber wir haben schon irgendwie... jetzt muss ich mal ein Vogel holen er flüchtet jetzt wahrscheinlich ich schnall 4 8 von 5 9 also viel braucht er nicht mehr also einmal rare flower noch und wir dürfen ihn haben er ist bei mir? ich hab nur dummer weißen keinen mehr oh ne ehrlich? ich hab welche noch im Zimmer gerade jetzt ging nicht ja das abgehauen direkt dann weg wahrscheinlich fragt mich hier ein Glück da an hat er dann? ja irgendwo sind wir aber da ist noch einer da vorne ja hier war noch einer umeck aber was soll denn? äh genau hinter Baum äh genau hinter Baum also ist das dein Ernst? ich sind wo ist er denn? hier oben über uns ja über uns achso die treffen aber auch nicht so ne ich auch nicht mach schon wieder einen Abflug geht er nicht mehr auf die auf die rare flowers nähe war? wie nah mussten da dran sein mit den rare flowers? ich weiß es nicht ob die überhaupt einen effekt haben er hat dann nur weil ich da in der nähe war und die die ich da gemacht habe ist da halt quasi in der luft stehen geblieben und wollte dann diese Feuer beimachen wo ist der Skill Shop? boah ist das so schnell naja jetzt hat es nichts genutzt wenn er flieht dann nützt es vielleicht nichts mehr mit den den rare flowers ja ja einmal getroffen das ist schon fast reich ich will mehr viel brauchen so ist ein ganz scheiß Wald hier mit dem Vieh Halt an Halt an komm mal her steh ja wo solltet jetzt? Feuer wird sie halt an fuck oh ich kann ja nicht mehr ich kann ja nicht mehr er liegt nicht sorry ich dann guck auf ihn ich schieße muss den richtigen hier alter scheiß gestrickt hier über den Weg ey ah ja ja der hier ist es von mir der gerade runter gestürzt ist wa? ja der ist hier unter mir rechts da 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 saa das ist ja der ist es Jetzt hab ich eben mein Vogel geschossen. Okay, out of money. Ey, ich steig auf. Dings oben. Warte hier, ich kann dir noch meine in den... Sowieso nicht so gut. Ich pack dir meine in meinen Vogel. 19. Jo. Meuerhaut. Hat auch ne gute Armbrust. Nee. Nee? Na gut. Gleich. Das war's. Bin auch raus mit Munition. Welcher ist es denn jetzt wieder? Alter, das geht auch nicht. Ähm... Der hier, über mir quasi. Den ich gerade schieße? Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Der über dem anderen Felsen hier. Ja, hier. Der hier ist es. Ja. Alter. Da fliegt auch nicht mal per Zufall da ein, wo ich hinsehe. 5,4, davon 5,9. Das ist, äh... Okay. Gleich haben wir ne... Ein, zwei Schüssel vielleicht noch. Dann hätten wir... Boah, Alter. Das sinkt natürlich jetzt langsam wieder, ne? Treffer. Treffer. Oh. 5,6 steigend. 5,7. 5,8. Komm schon. Jetzt nicht mehr, einen noch. Einen müssen wir jetzt noch nachlegen. Hängt der da oben? Er hängt. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, oder ist er abgestürzt? Äh... Ne, noch nicht ganz. Nicht so wirklich. Was? Einmal musst du noch. Hab ich. Muss jetzt aber reichen, oder nicht? Kannst du schon darauf zugreifen? Ja, ja. Ich hab eben Seeds rein. Aber der ist nicht betäubt. Ha? Na ja. Macht aber voll toffer. Kannst du das auch super öffnen. Achso. Dann haben wir grad umsonst reingeschossen. Dann haben wir den Seeds rein. Ja, toll. Dann haben wir jetzt... Oh, ob nicht ist er... Ist noch alles okay? Ember Seed, ja. 13 Stück. Hab noch mehr welche? Ich hab noch welche. Zwei. Aber ich glaub auch keine Zeemanzeige. Doch, 0% steht darunter. Aber ich denke mal, wird bestimmt ein bisschen was verloren haben. Ich pack die mal bei Knaller rein, die beiden, die ich habe. Ich hab 27 jetzt. Na ja. Na ja, fürs erste Mal. Vielleicht gibt's noch eine bessere Methode, wie man... Vielleicht wirklich an die dranhängen und dann hinterher? Na ja. Na, wenn... Wenn Tiere fliegen, dann weißt du das. Okay. Er muss erstmal Nahrung abbauen, ne? Er hat jetzt 30 abgebaut gleich. Ja. Okay. Ich bin dann erstmal kurz raus. Jo. Hallo. Er frisst mal mein Guder. Das sah nichts aus, an der bewusstlos wieder. Ne. Sieht nicht so aus, aber oben jetzt, wenn man nahe dran steht, dann sieht man da die beiden ganz bewusstlos. Ja. Aber das war eigentlich klar blöd. Ja. 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 Jetzt... Mach doch nochmal 20% verlieren, aber naja. Bei Level oder so, ich hoffe mehr nicht. Und natürlich ein Headshot, den ich nochmal reingepoelt hab mit 105. Ne, das war wegen der Armbrust. Ach so. Aber wenn da 10 Punkt steht, dann passt es doch oder nicht? Eigentlich müsste es dann passen, aber er weiß ja wieviel er frisst. Wie gesagt, aber mit dem... mit dem Super Spyglas habe ich keinen... keinen 10. Sonst lassen wir noch so 10 Balken noch darunter. Er hat noch nicht angefangen, ne? Wir sind schon unter 15. Müssen wir doch Schwefel holen, oder wie? Aber Schwefel immer ein Vogel, ne? Ne, eigentlich... Du kannst ja beides mal reingucken, oder legen. Mal gucken, was er dann frisst, soll ich sagen, ne? Ja. Und hier von den Bäumen kriegt man doch auch Schwefel. Waren dann nicht so... Aber ich hab drei Schwefel dabei. Wollt mal. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr... Verlatte haben, bevor wir anfangen zu füttern. Was hieß, gab es von den roten Fahns, ne? War das? Die hier... Sind die ja welche, ne? Scheiß, ich dachte, das wären hier die Schwefelbäume, oder was? Ne, probieren... Also wenn man die... Was sagen, die schwarzen Bäume muss dann nehmen. Naja. Achso, hast du. Hattig. Keine Schwefel bekommen. Okay. Noch wenig. 1, 2, 1... Wollen wir mal eine Base gehen? Sie hat jetzt 75 Nahrung abgebaut. Wildskohle... Aber bis 100 können wir da vielleicht noch mal warten. Ich gehe in der Base im Wohlschwefel. Ein bisschen mehr. Ja. 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 Ich gehe in die Maschine. Ja, ja... Ja. Ja, jetzt häng ich wohl in ihm drinnen. So, gleich hat er 100 abgebaut. Macht ein riesen Geschrei oder? Es tut doch nichts. Nein, das ist nichts. Hast du noch bestimmte Enversins? Ne, ich habe nur einen bekommen immer. Ich hänge hier fest, warum darfst, ich kann nichts machen. Wird schon viel viel reingetan, aber... Wer weiß, wie viel er frisst? Vielleicht frisst er ab, keine Ahnung was. Jetzt hat er was gefressen. Schwefel. Jo, ein Schwefel hat er gefordert. Oh, hat er bei 54%. Dem geht das mit Schwefel nicht schlecht. Taming Effizienz? 65,7. Boah, ja. Nur 49 Level statt... 72, ne? 70, 70, 70. Geht. Ja gut, für den ersten Versuch. Wir müssen unbedingt was finden, wie wir ihn, äh... Ein bisschen einsperren oder irgendwie sowas, weil sonst bist du ja irre. Ja. Jo, fertig. Boah. Alter. Wer ist denn mit in die Base? Der ist ja, ne? Ja. Hehehe. Auf geht's! So, da ist er. Oh, ist da gleich mal einer. Ja, da war ich mal ein Vogel. Irgendein Vogel? Kann es sein, dass irgend... von irgendjemandem der Vogel noch weg ist, oder? Ne, meinen habe ich gerade geholt. Na, da sind wir hier. So, okay. Schmeiß, mir die... Komm her! Hahaha. Zünde doch nicht unseren Gutschaden. Entschuldigung. Scheiße auch. Ne, mach keinen Schaden. Dann darfst du mich ruhig auch mal zum Schein anzünden. Wo bist du denn? Hier. Hier bin ich. Ja, die sind warte. Ja, jetzt bist du... Was macht er jetzt? Oh! Wow! Danke. Hahaha. Jetzt brenne ich ein bisschen. Der kann aber nicht landen in die Bude, ne? Ach, deswegen. Ich glaube, der flattert immer. Oh, da habe ich daneben geschossen. Ja, man muss ja erstmal dran nehmen. Alter! Da ist ja gar nichts. Nein! Achso, da beißt er. Und hier macht er wahrscheinlich sein. Als je hast du diese komische... Jo. Verbrenn alles und töte euch damit. Angriff. Ja, wenn er wahrscheinlich wie er auf dich rumhackt, kannst er... Na genau, landen macht er nicht. Oh ne, dann flattert er jetzt hier ewig rum. Müsste auch irgendwie ein bisschen weiter wegparken, dass es an die auf den Nerven geht. Gut, ich würde sagen... ähm... ...schlust du ja, ne? Hast du aber recht. Ne? Dann... ...ja, das U-Gel... ...das dem Daumen damals echt gefallen hat. Ähm... War ja was Interessantes dabei. Ihr konntet dann mal sehen, wie wir so einen Ember-Tross... ...und so der Nase gerissen haben. Ich hab den perfekt gekriegt, aber das war der erste Versuch. So sieht es aus. Wir werden weitere folgen, weil die kann man natürlich übereinander herschicken. Das heißt, die können wir züchten und dann... Ja, gucken wir mal, was da noch so geht. So sieht's aus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. ... Oh.